Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Vielleicht hört ihr es ein bisschen, aber ich liege seit einer Woche eigentlich flach und kein Corona Gott sei Dank, aber irgendwie Erkältung, Grippe, alles mögliche. Und deswegen gab es jetzt die Woche über keine Videos, weil ich auch einfach gar nicht in der Lage war, irgendwie groß zu sprechen. Aber ich hatte jetzt eigentlich das nächste für morgen geplant, nämlich einen Tarkov Beginner Guide, aus meiner Sicht, um irgendwie einmal Grundprinzipien zu erklären, die man sehen kann. Tarkov, absolut mein Main Game mittlerweile. Ich glaube, in drei Wochen 300 Stunden oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich eher 200, aber es ist ein unfassbar geiles Game. Das aber anderes Thema heute. Und das ist die absolute Bombe, die irgendwie gestern gedroppt wurde. MW2 und Warzone 2 sind absolute Scheißgames. Und viele inklusive mir haben bei Vanguard schon gesagt, es kann nicht schlechter werden. Und MW2 und Warzone 2 haben uns wieder eines Besseren belehrt. Activision und Infinity Ward können es schlechter. Und weil es dieses Jahr nicht schlecht genug ist für uns, wird es jetzt noch schlimmer. 2024 released Treyarch das neue Call of Duty, wie auch immer es heißen wird. Black Ops 5 oder Black Ops Remastered oder wie auch immer der Name sein wird. Und für das Jahr 2023 war bisher der Plan ganz fest, dass ein DLC-Paket kommt. Das heißt, in den Seasons und auf die Season 2 kommen wir im Video morgen oder übermorgen zu sprechen. Bringen sie uns Scheiße rein, so wie jetzt aktuell, wo keine neue Multiplayer-Map kommt, gar nichts. Es ist einfach, Hauptsache ihr zahlt 70 Euro für den Multiplayer, damit die Entwickler genug Motivation haben, Warzone weiter zu verschlimmen, besser, sag ich mal. Jetzt ist es aber so, dass dieses DLC-Paket nicht mehr kommen wird, sondern aus diesem DLC-Paket, was extra Geld gekostet hätte, Wird jetzt ein nagelneues Call of Duty und zwar im Jahr 2023 und Sledgehammer macht es. Man muss da ein bisschen lachen, denn man sollte bedenken, dass Sledgehammer bis vor ein paar Monaten noch intensiv an Vanguard gearbeitet hat. Und Vanguard war ja ein absoluter Rohrkrepierer, genauso wie World War II die ersten sechs Monate ein Rohrkrepierer war und Advanced Warfare auch nicht gerade das geilste COD war. Und Sledgehammer soll, weil MB2 und Warzone 2 so viele Spieler schon verloren hat, weil es halt wirklich absolut Ass ist, wieder dafür sorgen, dass auch im Jahr 2023 viel Geld reinkommt. Und wie macht man das? Man gibt der COD-Community einfach ein neues COD, egal ob es so ist, wie man schon kennt oder nicht, und verkauft es zum vollen Preis. Und genau das wird jetzt passieren. Und Tom Henderson, der mit Instant Gaming und Charlie Intel mit seinem, ich sag mal, Insider-Wissen, haben da jetzt alle schon drüber berichtet. Es ist wohl sehr, sehr sicher, dass es so kommen wird. Es gibt sogar eine Beta, es gibt zwei Beta-Wochenenden. Das ganze Game soll, jetzt haltet euch fest, Modern Warfare 3 heißen. Es soll an Modern Warfare 2 angelehnt sein, auf derselben Engine sein. Wenn ihr mich fragt, was das wird, und wir gehen gleich in den Bericht rein, läuft das darauf hinaus, dass wir Ende des Jahres ein Prequel oder sowas zu MB2 bekommen. Es wird wahrscheinlich so aussehen wie MB2, es wird sich wahrscheinlich spielen wie MB2, es ist einfach eine neue Masche und Spieler noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen für absolute Scheiße. Deswegen braucht man auch für MB2 und für Multiplayer keine neuen Karten oder sonst was erwarten. Der Schäppi aus der Zukunft. Ich hab meine Aufnahme hier anscheinend verkackt und hab hier schon die ganzen Daten für euch rausgehauen. Das heißt, ich nehm's jetzt im Nachgang nochmal kurz auf, weil jetzt auch die Kamera spinnt. Also, das ganze soll wie folgt funktionieren. 2023 wird Sledgehammer Games jetzt das neue Call of Duty. Modern Warfare 3 soll es wohl heißen, rausbringen. Es gibt verschiedene Daten dafür schon. Das heißt, Exclusive-Wochenende für die Playstation-Nutzer schon wieder. Es wird für die Old-Gen-Konsolen rauskommen. Es wird ein erstes Beta-Wochenende geben, ein zweites Beta-Wochenende für Crossplay schon wieder. Das Ganze basiert auf der Engine von MB2 und wird, und das sage ich euch jetzt schon, Leute, nichts anderes sein als Call of Duty Modern Warfare 2 mit ein paar anderen Karten, die wir bisher noch nicht haben. Es wird kaum anders aussehen. Es wird sich kaum anders spielen. Denn Sledgehammer Games hat, wenn man das jetzt einfach zusammenfasst, nicht mehr als einfach sechs, sieben Monate Zeit, um einen Vollpreistitel zu machen. Also, Sledgehammer Games, die gerade erst Vanguard verkackt haben und die auch WW2 schon ein halbes Jahr verkackt haben und auch mit Advanced Warfare jetzt nicht gerade den Nagel auf den Kopf getroffen haben oder den Hammer auf den Nagel oder wie auch immer. Also, das, was da jetzt kommt, ist absolute Verarsche und es dient wirklich nur, damit man die Verluste, die man jetzt jeden Monat macht, denn die Verkaufszahlen von MB2 waren sehr gut und danach kam halt gar nichts mehr. Die Bandits sind scheiße, die Spieler haben ihre Meinung geäußert, was sie von MB2 und Warzone 2 halten, indem sie eben einfach auch zu anderen Games gegangen sind. Ob das jetzt Apex ist, ob das Fortnite ist, ob das viele Singleplayer Games sind, aktuell Hogwarts Legacy und God of War, Ragnarok und es gibt so viele Games und so viele Spieler, die sich derzeit anderes suchen, woran sie Spaß haben, wo sie gerne ihre Zeit mit verbringen wollen. Und Activision wird sich wohl gezwungen gesehen haben, hier jetzt einzuschreiten, hat gesagt, Sledgehammer Games, wir haben erst im Jahr 2024 das neue Treyarch Call of Duty, was wahrscheinlich der letzte Teil der Black Ops-Seil-Reihe werden wird. Also Black Ops 5 oder Black Ops Remastered oder vielleicht werden sie auch so dreist sein und nennen es Black Ops 2 Remastered, weil das einfach der Verkaufsschlager vom Namen her sein wird. Und jetzt dieses Jahr kriegen wir dann eben die Ergänzung. Das ist auch einer der Gründe, warum die Seasons so absolute Scheiße sind, denn sie können jetzt natürlich in den Seasons nicht die ganzen guten MB2-Maps raushauen. Was witzig ist, wir haben Modern Warfare 2 und haben keine Modern Warfare 2-Karte bisher drin. Auf jeden Fall wollen sie natürlich nicht die geilen Sachen jetzt raushauen, weil dann hätten sie für diesen kopierten Ableger von Sledgehammer Games nichts mehr, was sie irgendwie vermarkten könnten, was sie promoten könnten. Das Ganze ist, und ich kann es euch wirklich nur deutlich genug sagen, das Ganze dient nur dessen, noch mehr Geld zu verdienen. Ihr werdet keinen Qualitäts-Call of Duty bekommen, ihr werdet hier keinen Live-Support bekommen. Es dient nur, um die Überbrückungszeit irgendwie zu vereinfachen zwischen Flop MB2, was mittlerweile der dritte Flop hintereinander ist, und Black Ops 5, Black Ops Remastered, wie auch immer man es nennen soll. Charlie Intel berichtet darüber, Tom Henderson berichtet darüber. Das Ganze ist von Activision natürlich noch nicht bestätigt, aber bei all den Leagern, die bisher immer oder meistens sehr richtig waren, und nach dem Report von Activision und der Nennung eines Full-Premium-Release-Titels, kann man sehr, sehr sicher sein, dass das die Entwicklung ist. Das Ganze ist, wenn ihr mich fragt, eine absolute Frechheit. Es ist wirklich, anstatt auf die Community zu hören und ein Call of Duty zu machen mit Randbedingungen, die die Community sich wünscht seit vielen Jahren, wird jedes Jahr neuer Scheiß hingeworfen und der Name Call of Duty steht vorne drauf. Und seien wir mal ehrlich, und das ist jetzt so eine Frage, die ich eigentlich an alle stellen kann, wenn ihr jetzt Modern Warfare 2 spielen würdet und es hätte nicht den Namen Call of Duty, würdet ihr es nochmal kaufen? Ganz ehrlich, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir ein Call of Duty eigentlich nur noch wegen der Nostalgie kaufen und weil es den Namen Call of Duty trägt. Aber nicht, weil wir uns Content, Qualität, Unterhaltung, Spaß oder Quantität, was Maps, Waffen, Modi und Sonstiges angeht. Wir sind an dem Punkt, wo wir ausgenommen werden, wie die letzten Milchkühe eigentlich. Und Activision wird jedes Jahr damit weitermachen. Ob das unter Microsoft ist, ob das unter Sony wäre oder sonst was, es wird am Ende keinen Unterschied machen. Und ich hoffe, jeder von euch überlegt sich dreimal, ob er sich dieses Rotz, ja, es ist MW2 DLC kann man fast sagen, was vermarktet wird als Fullgame-Titel mit Kampagne, mit Sonstigen, ob er Interesse hat, das wirklich zu kaufen. Es wird wieder 70 oder 80 Euro kosten. Was das Ganze für Warzone bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es soll ja zu Ende des Jahres eigentlich eine von Treyarch gemachte Warzone-Map geben, um das neue Call of Duty von Treyarch im Jahr 2024 sozusagen einzuleiten. Man wird es sehen. Leute, auch wenn jetzt hier mit dem ganzen Equipment nicht alles funktioniert hat, was haltet ihr von diesem ganzen Kram? Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und habt vielen Dank, Leute. Haut rein.